Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Penis. Ja, hallo, wie geht's? Hi, Tobi. Hi, ich bin Tobi. Na, Dennis, wie geht's? Gut, und dir? Riech mal, Tobi. Nein. Hallo, Walle. Hallo, guten Tag, wie geht's euch? Hallo, Dehner. Ja, wir spielen heute Little Soul, ne? Hallo, äh, Benni. Hallo, hallo. Benni? Ich bin bereit, übrigens. Und, hallo, äh, wen hab ich denn da vergessen nochmal? Ähm, Tobi, weißt du das? Nee, ich weiß nicht, wen du meinst. Ähm, Herr, ähm, ach, Herr Currywurst. Hallo. Kenn ich nicht. Ist mir auch nicht bekannt. Ja, wir spielen Last Team Standing, kennt er ja. Den haben wir noch gegessen, tatsächlich. Stimmt sogar. War ii. War sehr lecker. Ii. Du bist ein Gaumenschmaus. Also, Last Team Standing war ja das, wo man nur ein Leben hat, ne? Genau. Ja, ja. Okay, ist gut, dass ich jetzt schon so voranrede. Ich geb jetzt ja wieder mehr Runden, ne? Ach ja, stimmt. Oh, das war geil, ja. Ja, Tobi. Also, jetzt müsst ihr in den Kommentaren eure Tipps abgeben. Äh, ich weiß gar nicht, wer in meinem Team ist. Mit wem sind wir jetzt in den Teams? Jetzt haben wir ja genau so den Scheiß wieder gequatscht. Also, der Tobi, der Tobi, der, äh, Sarraza und der Dehner in einem Team und der Benni, Currywurst und das, äh, und der Benni, ne, der Benni, der Herr Currywurst und meine Willigkeit. Nein, der Team. Ja, schwierig, ne? Sehr gut. Ja? Sehr gut, ey. Äh, oh, guck mal, da ist einer. Pass auf, Curry, da hat uns einer umfahren. Guck mal hinter uns. Ja, ja. Oh, das war nur aus, dass ich wollte nur das Auto ausprobieren. Ja, ja, ja. Ja, und, äh, ganz kurz, äh, zum Last-Team-Standing erklärt, es ist so, dass man hier, äh, ein Leben hat und das Team, welches, äh, mit den meisten Leuten am Schluss, beziehungsweise welches Team, welches das andere ausgeschaltet hat, hat gewonnen. So, das ist hier ungefähr das Spielprinzip. Sehr schön erklärt. Ja, aber ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach. Kurz und mündig hat der Dennis das gemacht. Ja, aber wo sind die denn? Die sind unter uns. Ja, die sind über uns, oder unter uns, ja? Unter oder über uns. Eigentlich, oh, da ist ein Dehner. Habt ihr einen? Tschüss. Unter uns läuft er immer auf RTL. Da hinten steht einer, guck mal. Das ist der Sarazar. Ne, das war gar nicht der Sarazar. Hä? Da ist einer. Nein! Grems, ich hab den Dennis weggeballert. Sehr schön. Du hast den falschen Typen erwischt. Was? Was, Benni? Benni, was? Komm doch. Benni! Rasse, der ist mal aus, der Dennis. Was? War ich zwar gar nicht, aber hast recht. Ich heiße nicht Dennis. Ja, der ist da drin. Das war knapp. Ich heiße nicht Dennis. Oh, er hat mich. Du hast mich auch abgeschossen. Benni, 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 Benni. Komm schon, Walle. Komm, Benni, Benni, Benni. Komm, Benni, 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 Benni. Benni, 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 Benni. Du bist der Mann mit mehr Skill, Benni. Entschuldigung, Walle, ich liebe dich trotzdem. Benni, 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 Benni. Komm, Benni. Oh nein. Scheiße. Yeah. So ein knappes Ding. Sehr schön, Benni. Fuck. Wie viel Leben hast du noch, Benni? Boah, nicht viel, so ein Viertel vielleicht Benni lieben, weil Benni ist eine schlose Katze Ich hätte echt noch ein bisschen geduldiger sein müssen Ich werde dein Bild ausdrucken und über mein Bett hängen Echt? Warum redest du so komisch? Spannende Nummer, wie viele Runden gibt es denn davon? Warum rede ich denn komisch? Weiß ich nicht, sag mal Schlagsahne Schlagsahne Es gibt drei Runden Immer drei Rounds Flotter Dreier Aldry Summon Die drei beiden, kennst du das? Weiter geht's Die neue Runde beginnt Kennst du die drei beiden? Benni, mach einfach so weiter wie vorher Benni, nein Benni, Benni, Benni Benni Benni, so voll die dicken Eier Giggertür Mal gern wissen, ob der Benni mal wieder bei Benni war Sollen wir nicht mal zusammenbleiben? Benni Dennis, das geht nicht Wo ist denn die Waffe? Ist hier oben? Der Tobi, der rusht Ich bin COD Zocker, Alter Der rusht, ihr volldeutsch Ich bin Deutscher Meine ist die Exage höher Ich bin Deutscher Das darf eigentlich nur der Goebbelser sagen Ich hab das wegen Rusher und sowas Habt ihr denn gleich für Probleme? Alter, was geht denn euch? Lasst euch nicht überfahren Vorsicht, hier kommt einer Da kommt jetzt einer um die Ecke Wo denn oben? Unten Ne, unten, siehst du da? Ach da, ja Pass auf, ne? Pass auf, wenn es Ja, das ist Zivi Wo ist denn? Ich mach den nicht aus Ich auch nicht Da unten, da unten ist jemand Der ist unten, unten Ah, okay Easy go Hinter uns, hinter uns, hinter uns Hinter uns hockt jemand Kevin! Tobi! Tobi! Der Turvan Aber ist das gibts nicht, Alter Ich konnte nicht analysieren Tobi! Der Curry, ey Der Vogel mit seiner Stimme Nein, nein, nein nein, nein, nein Von wo? Oh, ah, da ist der Eber. Komm, komm mit. Da hinten muss einer sein. Achso, das ist der Curry, der ist hart drauf. Was bin ich? Bitte was? Hart drauf. Eine harte Wurst. Da ist sie. Äh, Benni. Vorsicht. Der kann hier nicht sein. Nein, irgendwo ist eine Treppe. Besser. Geh weg, hau ab, hau ab, hau ab. Ja, der Curry hat mich. Der hat die bessere Waffe, Achtung. Curry hat Orkanblöden im Grunde. Jetzt haben wir dich gleich, Dina. Schere, Stein, Papina. Dina. Jawoll. Sauber, Dina. Schönes Ding. Auf den Kopf, der hat fast kein Leben mehr. Auf den Kopf. Wo ist der denn? Sehr schön. Der ist da unten, unten, Leute. Unten. Dina hat ein Heli. Ich bin unten jetzt. Benni, Benni. Vorsicht, rest er erstmal. Er rest er erstmal. Bitte was? Ha. Nein. 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 Yes. 2 zu 0. 2 zu 0. Wann seid ihr denn beide gestorben? Ja, gerade jetzt wurde ich erschossen beim Curry. Das ging ganz schnell. Ich habe den Curry getroffen. Er hat mich getroffen. Er hat mich leider mit der Waffe ein bisschen öfter getroffen. Weißt du, Curry. Und dann lag ich da und dann hast du den Curry umgenutzt. Was denn, Tobi? Curry, du hast Orkanböden im Mund, Alter. Das war nix. Danke, Tobi. Das war nix. Werde ich mir merken. Ich konnte noch nicht anvisieren. Das war das Problem. Jetzt schlagen wir zurück. Jetzt schlagen wir zurück, Freunde. Okay. Ihr müsst jetzt 3 Punkte machen. Also 3 Siege hinter mir. Machen wir locker. Kein Ding. Alter. Also pass auf. Das erste, was wir machen, ist uns auf die Waffen zu beziehen. Das zweite, was wir machen, ist zusammen zu bleiben. Okay. Ist natürlich clever, das uns auch mitzuteilen. Ja, natürlich. Wollen wir ein Selfie machen am Startpunkt, Walle? Ja, machen wir. Komm, wir haben Zeit. Also wir müssen hier hoch. Los, los, los. Da hoch. Irgendwie auf die Brüstung kommen erstmal. Brüste? Alter, ich bin die ganze Zeit hier immer andauernd am Schleichen, weil ich das so gewöhnt bin von Far Cry. Nein. Aber Schleichen ist gut, dann wirst du nicht auf dem Radar erkannt. Was? Komm mal da hoch? Komm mal nicht hoch, oder? Doch, hier geht's hoch, hier geht's hoch. Hier geht's. Also bei mir geht's hoch, ey. Stimmt das, dass wenn man schleicht, man nicht auf dem Radar ist? Ja, aber du bist natürlich deutlich langsamer, ne? Kacke, Mann. Ne, echt? Kacke. Dennis, echt Dennis? Du lügst doch. Mö, durchaus. Ja, wenn du das meinst. Ja, das ist durchaus möglich. Mö, Stocker Cratch Challenge, oder? Ja, man. Udo. Pass auf, da kommt jemand. Ja, ja, ja. Hey, ich hab so viel Zeit verloren, damit hochzukommen. Packe, und ich hab keine Waffe hier liegen, die liegt irgendwie weiter oben, die Schrot, ne? Hallo, wer ist denn da vorne? Renn doch nicht weg. Du mit deinem schönen Anzug. Achtung. Kommt doch alle her. Alter, du bist leider unter mir. Hier liegen echt zu wenig Waffen, ey. Curry, jetzt gibt's Rache, Alter. Ja, gibt's nicht. Boah! Jawoll! Nee. Kirstikowski sag ich nur, ey. Alter, was hast du denn für ne Waffe? Ey, ich will immer, wenn ich getötet werde, leise sein, weil ich denke, das ist TTT. Ja, ne? Irgendwie schon. Alter, kommt ihr bei mir immer zu Hilfe, oder was? Ja, komm mal. Ey, was machst du da auch? Ich hab überhaupt keine Erdeckung hier. Boah, was? Wie zur Hölle? Sehr schön. Sehr schön, Curry. Alter, der hat mir von der Entfernung Headshot verpasst. Ach komm, leck mich doch Curry, Alter. Curry, du bist scheiße. Nein, hat der Curry uns beide jetzt geblendet? Ja, weißt du, der Curry ist ein kleiner Cheater. Das ist das Problem, Alter. Oh, Mann. Ich könnte jetzt ehrlich nicht machen, dass hier... Uah! Nein! Oh, Mann! Sauber. Benni, 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 Benni hör genau zu. Bitte. Der ist unten in der Garage. Wenn du jetzt weiterläufst, der kann dich dann da rausballern, weil da sind solche Öffnungen. Dass du bei Öffnungen lachst, war mir so klar, Curry, ne? Ich hab nicht gelacht, ich hab geatmet laut. Genau. Gestöhnt hat er. Wo ist hier Benni? Benni, Benni, Benni. Hä, wo gehst du denn hin? Der ist da doch gar nicht. Nein. Ne, ne? Weiter links, ne? Benni, ich wollte... Okay, okay. Pass auf, warte, warte. Ah, die Waffen respawnen auch mit der Zeit, ne? Danke, Leute. Gut zu wissen. Pass auf, Benni, pass auf. Der kommt jetzt gleich um die Ecke, Benni. Das wird spannend. Benni, 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 Benni. Boah, der hat mich ganz böse erwischt. Warte, 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 warte. Hast du gehört? Der Energie drauf. Lass deine Energie regenerieren, Benjamin-Elefant. Du musst stehen bleiben, Benni. Bleib stehen. Oh, das ist echt cool jetzt gerade. Benni, du packst das. Benni, ich glaub an dich. Hallo, Benni. Bleib einfach stehen. Stehen bleiben, stehen bleiben, Benni. Benni, er kommt jetzt. Benni, warte. Aber Benni muss stehen bleiben, sonst regeneriert er sich. Jetzt Benni, stehen, Benni. Oh mein Gott. Bleib stehen, Benni, Benni. Ja, Benni. Benni, 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 Benni. Auf Kopf, auf Kopf. Jetzt Benni. Der hat den Shotgun. Geh ein bisschen weg, Benni. Auf Distanz hat er keine Chance. Pass auf, pass auf. Okay, er geht zurück. Nein, ich bleib hier. Tschüss. Jetzt wird er vom Auto überfahren. Lehn dich an, genau. Lehn dich an, Lena. Ja, bitte? Benni geht auf die Straße und hörst du so. Boah, ist jetzt ein spannendes Endmatch. Weißt du was? Wenn der kämpft, dann hole ich mir erstmal eine Wäsche und eine Waffe. Ja, sauber. Und Leben auffüllen, Benni, da vorne. Ah, gute Idee. Ah, das ist oben. Da vorne, genau. Aber du weißt, Walle, dass der Benni im gegnerischen Team ist, ne? Hm, ich weiß. Du musst eigentlich den Dehner anfeuern. Ich weiß, ich beobachte ja auch den Felix. Achso, ich dachte, Benni meint es gerade. Du musst auch Leben auffüllen. Oben ist die Benni. Ne, ne, einmal außenrum. Also da, weiter. Ne, ne, ne. Den Benni kann ich ja nicht sehen. Er ist in dem Halbkreis. Nein, Benni, äh, der Curry meint die Energie. Geh mal links, äh, geh mal zurück, Benni. Links, genau. Und da musst du jetzt rechts rum. Weiter, 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 weiter. Hier in den Halbkreis ist er drin, genau. Pass auf, Benni, pass auf. Vor dir, vor dir, vor dir. Der kommt jetzt gleich rum. Aber hol das Leben. Der will dich einkisteln, Benni. Der kommt von oben. Ja, ich weiß, ich weiß. Du bist der Mann, Benni. Du bist der Mann, Benni. Ja, keiner mehr redet von den beiden, ne? Nur noch wir irgendwie, dass es geschehen kommt. Pass auf, Benni, pass auf, Benni. Ja, Benni! Nein! Ja, geil, Dena, du hast uns gerettet. Alter, richtig gut, richtig gut. Oh Mann, ey. Dena schlägt da seine ganze Bude kaputt, oder was? Alter. Mit einem Schuss war ich voll aufgefüllt. Alter, 3-0, der hat drei Dinger weg. Boah, der hat Felix hab mich aufgeräumt heute. Ey, der hat halt mich geübt, der Junge. Ja, steht natürlich. Jetzt machen wir den Sack zu. Respekt, Respekt. 2-1, meine Damen und Herren. 2-1. Was will Benni mit seinem Sack machen? Der will den zu machen. Ach, ist bald Weihnachten, ne, Benni? Ja. Aber kurze Sache, wenn das Team von Sarraza und Dena und natürlich vom Wäschbett, Tobi, ja. Ja, du mich auch, Alter. Wenn die jetzt noch einen Punkt machen, dann steht es 2-2. Also das kann jetzt noch... Erzählen ist schwer, ne? Das kann jetzt sogar noch... Fick dich. Das kann jetzt sogar noch laufen, ne? Ja, theoretisch. Aber auch noch theoretisch. Weißt du, Curry, wenn ich du wär, ne? Würde ich nicht das Maul aufmachen. Ich würde nur... Ich sag nur FIFA. Besser nicht. Besser nicht. Was? FIFA? Wie oft der sich da verspricht. Weißt du? Wie oft der sich da verspricht. Wie stelle ich nach 5 Kilometern ab? Ich sag jetzt. Boah, ich muss dringend mal meinen Fernseher, glaube ich. Appelsalz? Ich hoffe, in der Aufnahme ist es nicht zu dunkel. Erstellen, weil es ist ja echt zu dunkel eingestellt. Geh rüber, Tobi, oder? Aber ich wollte mal kurz sagen... Nee, das ist nicht hier. Es ist zu doof. Wenn ich den Curry immer ärgere oder so, das ist natürlich nur Spaß. Außer beim Curry... Ja, da kommt einer Walle. Da kommt einer. Oh! Scheiße, Mann. Weil manche denken, ich mein das wirklich ernst. Ja? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich liebe den Curry doch. Wie kein anderer. Und den Tobi. Und den da vielleicht ein bisschen inzwischen. Wo? Ah, okay. Aber es ist unten, ne? Es ist unten, oder? Unten, mhm. Ja, ja, ja. Ach, die sind alle unten, ne? Die sind alle unten. Alles kleine Ratten in der Kanalisation. Ja! Das bin ich, Alter. Was war das denn, Alter? Was war das denn? Was war das denn, Curry? Nee, hier ist scheiße, hier ist scheiße. Ey, warum bin ich hier, Mann? Der kommt mit hier. Vorsicht, von hinten. Die Ratten kommen da gleich rausgekrochen. Da vorne. Rechts, rechts, rechts. Passt auf. Was? Alter, Benni. Sehr schön, Benjamin. Boah, der Benni. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Nein, der Mensch. Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Weiter, 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 weiter. Ich bin, ähm, leicht angeschlagen. Ich bin, ähm, leicht angeschlagen. Ich bin, ähm, leicht angeschlagen. Ach, das war wieder zu offensiv, Mann. Geh da hinter ne Säule, Curry. Boah, ich hätte, mich hätt's aber beinahe auch gekillt, Benni. Dennis hat ihn gesehen, Dennis hat ihn gesehen. Da, wo er auch gerade eben war. Yes! Wir sind beide fast down. Einer noch, einer noch. Ja, komm, komm. Der Sarraza ist so gut wie tot. Ja, ja, ja. Geh drauf, geh drauf. Komm schon. Schieß auf die Deckung. Mach einen Platz. Sarrazaaaaaa. Hau einfach drauf. Gib ihm eins zur Übung. Sarraza auch erst mal, hä? Mein kaputt. Ja, nein! Ja, ich musste gerade nachladen in dem Moment. Sieger, 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 Sieger. Verdammte Axt. Zumal ich ja auch nur den ersten Schuss hatte gerade. Fuck. War aber spannend, ey. Aber der Curry ist einfach der Headshot-King. Da kannst du nix machen, ey. Oh, yeah. 17.000. Wie geht er da an? Deswegen häng ich da an. Gating, gating. Schade, schade. Sehr schön. War eine coole Folge. Ja, das macht Laune. Macht richtig Spaß, ne? Auf jeden Fall. Nee. Auf jeden Fall. Also, ja gut. Nee. Nee. Nee, Schliesslein. Schlecht. Also, Tobi ist schlecht. Ich hab auch bewertet. Ich hab einen Daumen hochgegeben. Also, guck mal, ist deine Bewertung da oder nicht? Ach nee, das ist ja weiter. Okay. Das ist deine Bewertung. Alter, aber wir haben auch gut Cash gemacht. Das war für mich egal. Also, Tennis und 4.000 auf uns gewertet. Okay, also, ich war zu nix zu gebrochen. Der Tobi zu überhaupt nix. Und der Trainer war schon ganz gut. Aber trotzdem, äh, haben wir alle gut Geld gekriegt eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja zum Abschluss die Folge noch hier, äh, hier dieses Rennen da machen. Wenn ihr Bock habt. Ja, warum nicht? Voll doof oder was? Voll doof oder was? Full dance of swing. Nee, nicht Full doof. Das oben. Full dance of swing. Das andere ist die Fahrradrennen. Nein! Wir haben das andere genommen. Das war schon die Mehrheit. Das oben. Vom Fahrradrennen, wenn man noch keine Kondition hat. Ihr seid doch echt bei Nausen, ey. Ja, dafür nur sagen, rein in die Pedale, ne? Ah nee, hier gibt's auch Motorräder. Ah. Ja, können nehmen wir das. Wir machen ein normales Rennen. Ja? Ja, ganz normales jetzt. Whole Wakes oder was auch immer. Hä? So, warte mal. Machen wir eine kleine Flotte Nummer. GTA-Rennen machen. Ja, du und ich. Wir zwei hier auf dem Motorrad. Gehst du in einer Gehaltserhöhe oder was? Eine Runde. 30 Spieler. Oh. Was? Das sind 30 Spieler-Rennen theoretisch. Machen wir nur Ego-Perspektive. Doping aber immer. Doping aber immer. Ja, auf Motorrad ist doch so nice. Also ich finde Motorradfahren mit Ego-Perspektive geht echt klar. Oh oh. Ja, das wird Lucy beim Saraza. Oh nein. Auf jeden Fall. Bestes Video. Oh nein. Ihr seid unfair. Also Motorradrennen ohne Ego-Perspektive geht voll klar. Aber mit. Jetzt würd ich euren Skill sehen, ladies and gentlemen. Ich finde das Motorrad lässt sich damit echt leichter steuern. Na gut, das sehen wir ja jetzt, ne? Oh, die Klappequellen. Ah, nur die Sand. Das ist noch geiler. Ja, Sanchez ist natürlich extrem scheiße. Ja, das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer. Alter, warum machen wir immer so völlig bescheuerten Scheiß? Haben wir Auswahl. Da will man einmal easy mit euch ne Runde GTA spielen, weißt du? So, ich bin bereit, Freunde. Na, ich freu mich drauf. Los geht's. Wir sind einer von 30 möglicherweise meth-vernebelten Motorradfreaks. Wusstet ihr das? Achso, wer ist denn so meth-vernebelt möglicherweise von euch? Ja, Benni, wo hast du dein T-Shirt gelassen eigentlich? Oh, wie cool. Ja, wer braucht denn sowas? Vor allem, wenn man so behaart ist. Sind eigentlich nur wir da oder ist noch irgendwer anders da? Ich weiß nicht. Edani ist noch mit dem Sound. Ja, der startet natürlich gleich ganz vorne, weißt du? Jo. Tobi, find ich cool. Weißt du, was mir bei dieser Mission nur einfällt? Ich lasse... Was denn? Dad! Scheiße, ich will den Helm gerne abnehmen. Frischdack! Der verdunkelt total, ne? Brauche ich alles? Ja, der ist echt dunkel. Bei mir, der ist... Habe ich überhaupt nen Helm? Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Tot! Tennis, Alter! Oh, Alter! Ist das geil, ey! Ah, die haben wir einfach mal gezogen! Ey, das gibt's doch nicht! War's den als erster? Das geht aber nicht. Zack! Nein! Holz! Nein, Holz! Oh, 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 oh! Dreh dir eigentlich auch den Kopf in der Kurve so weit? Ich dachte gerade, wo geht's zu lang? Nach West Virginia! 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 Das ist so geil! Aber ich muss sagen, dass mit dem Motorradhelm es schon ein bisschen ätzend ist, wenn er so dunkel ist. Wenn man diesen dunklen angezogen hat, da lohnt sich einen wieder Benni zu holen. Wer ist eigentlich da direkt vor mir? Deswegen krieg ich das gar nicht mit! Niemand! Oh! Ist das der Curry? Nein! Das war knapp! Oder hinter mir oder was weiß ich. Oh! Es ist so schnell! Was ist denn da? Oh! Nein! Wie der Denner abgehoben ist! Ne, war das denn, der abgehoben ist doch! Das war ich! Das ist immer der Korre hier! Der ist der Denner direkt hier! Oh! Oh! Oh, Kacke! Nutzt mir den Ausbruch! Nein! Das Holz! Nutzt mir das Holz! Das wird's mir zum Verhängnis! Oh Gott, das wird so spannend gleich! Der Benni, der stinkt! Ich komm nicht an euch ran davon! Alter! Das gibt's doch gar nicht! Alter, das ist doch nicht so leicht! Wer fährt denn so assi? Wer fährt denn da so assi? Das bin ich doch gar nicht! Geil, der Benni, ey! Ich hab gar nichts gemacht, Benni! Der Curryschubst! Hey! Wumm, wumm, wumm! Das warst du denn so, ne? Oh! Nein! Das darf nicht wahr sein! Geil, 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 geil! Also hiermit, ne! Dennis ist der unfaireste Spieler, den ich jemals gesehen hab! Warum? Warum? Du hast mich von der Sprecke abgedrängt! Der zieht extra durch, damit er uns schön in die Breitseite fahren kann! Ah ne! Bei The Crew zum Beispiel spielt man ja eigentlich wie mit der Name schon sagt, oh der Daniel, was war das denn? Und in der Crew und in Curry, obwohl er mein Teamkollege ist, den drehe ich trotzdem immer mal um! Nur aus Spaß! Hat sich irgendwer ausgelockt gerade, oder? Ja, ist echt lustig! Hm? Hat sich irgendwer gerade ausgelockt, Tobi? Bist du noch da? Ja! Ja, alle da, oder? Vielleicht war das der Dani! Rage quit! Nee, der Dani ist noch zu Ende gefahren gerade! Jaaa! 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 Was ist das denn? Ja, Gewinner hier, ne? Jaaa! Jaaa! Ich sag dir mal bis zur nächsten Folge, oder? Jaaa! Jaaa! War doch super! War doch lustig! Hat echt Spaß gemacht! Ja, war cool! Tschüss! Ciao! Tschüss! Heute gibt's auch keinen Penis!